Wo bin ich jetzt wieder gelandet? Wo bin ich? Ich sehe mich gar nicht. Hä? Wo ist Einsatzziel? 3000 Meter? Kann ja wohl nicht wahr sein. 2800 Meter? Wo bin ich denn zum Verrecken? What? Wieso bin ich denn hier rausgekommen? Das geht mir so auf den Senkel, dass sich das immer wieder verschiebt. Das ist doch Scheiße, ist das doch ganz einfach. Mir kann ich dazu nicht sagen. Ist das so ein Müll? Dass das nicht so bleiben kann. Ich meine, das war früher aber nicht so. Dieser Scheiß, ewig woanders spawnen, wenn du da zu früh auf den Knopf drückst. Ist doch nervig. Wo bin ich? Wo ist der blöde Ziel? Mann, Mann, Mann. Ich sehe kein Ziel. Sei so doch. Ich fliege. Ich eile. Naja, wenigstens war ich immer kurz in einem Lightning drinne. Noch ist nix da. Aber außen war ja auch genug los, ne? Was denn da? Dickes Flieger. Hey. War ich mit zwei Schuss am Ende? Das kann ja nicht sein, oder? So, jetzt warte ich aber. Genau da will ich rauskommen. Und? Hiwi, bin ich auch. Ein Wunder. Sind alle tot? Wieso sind ja alle tot? Ich wollte das ausbauen. Das mache ich jetzt sofort. Sofort mache ich das. Da jemals nehme ich mal auch anpassen und dann schrauben wir dieses beschissene Scheißreflexvisier raus. Weg damit. Naja, ein einfaches. Auch für 30 Gumbi-Punkte ist doch kein Wunder. Hier wäre er kommt. So, bitte. Okay. Prima. Einsatz. So, und jetzt mal gucken. Das dauert aber lange. Was soll denn der Mist? Was soll das sein? Soll ich so rumlaufen? Alles klar. Wo ist der Terminal? Hier. Ausbauen. 30 Hertz in die Mülltonne. Also wer lässt sich denn so ein Scheißdreck einfallen? Kann nicht wahr sein, oder? Oh, nachrüsten. Zieh ich doch lieber so. So. Ich habe einen feindlichen Sanitäter gesehen. Hm. Okay. Bei dem Panzer zu springen war nicht... Habe ich heute jetzt überhaupt schon mal einen einzigen erledigt? Ne, ne? Mann, Mann, Mann. Manchmal. Sieht ja ganz gut aus. So weit. Den Mistbock. Ingenieur. Der Sieg ist zum Greifen nah. Ja, der da auch noch. Von da oben. Los, noch zwölf Sekunden. Ich will jetzt nur nicht gerade aus der Reichweite laufen. Kommt der wieder nicht den Hügel hoch? Wir haben die Einrichtung erfolgreich verteidigt. Was ist denn jetzt? Guck mal. Ich kann da nicht langlaufen. Das ist so lächerlich. Oh, schön. Jetzt bin ich oben. Jetzt bin ich oben. Jetzt dürfte ich wohl hier langlatschen. Ja. Wo ist der Dreckspanzer? Jetzt ist er kaputt, ne? Oder? Da hinten. Umschalten. Hepp. Sichtkontakt zu feindlichem Lightning. Feindlichem Lightning-Panzer gesichtet. Sichtkontakt zu feindlichem Lightning. Feindlichem Lightning-Panzer gesichtet. Sichtkontakt zu feindlichem Lightning. Wo ist es noch mehr? Nein. Ist er noch da? Ich sehe ihn nicht. Lauter Qualm. Da hinter dem Hügel, da kommt ein... Oh. Komm, mein Freund. Ich warte. Feuer. Ich treffe ihn nicht. Wie steht er denn? Auch mal an. Klappt aber heute irgendwie nischt. Ich denke mir alles so schön aus und irgendwie klappt ja nischt. Diesen dürfte ein bisschen weit entfernt sein. Ich sehe es, ich sehe es, ich muss weg. Ich sehe es, ich sehe es, ich muss weg. Nein, 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 warte, warte. Bumm. Ich sehe dich, mein Freund. Daneben ist noch schnell abgehauen. Feindliche Max-Einheit identifizieren. Feindliche Max-Einheit. Ja, da bleibt stehen. Da bin ich schon in der Ecke. Feindliche Max-Einheit. Nee, das ist unser. Verdammt. Ach, Panzer. Ist er derselbe von eben? Ich bleib hier stehen. Tja, ja. Hast du gut gemacht, aber... ...kürte nicht viel nützen. Ist hinter dem Berg gefahren, damit er repariert. Kann ich um die Ecke schießen. Hm, passt natürlich wieder nicht. Ach, Mist. Saubeutel. Ja gut, gehe ich mal. Wo sind die anderen denn alle hin? Hilfe. Ist keiner mehr da? Nur noch er hier. Wo sind die denn alle? Ich bin kein Verbrösen von meinem Ding aus. Jetzt hat er mich endlich. So ein Shit. Wo sind die denn alle? Da. Da hat er das Flugdinge geschmissen. Mit Zeichen. Hast du nicht? Das ist gleich uns. Ist das Quot irgendwie aufgelöst, oder was? Da schreibt er. Da ist das Ziel. Natürlich ist da das Ziel. Sehr klug. Jetzt wüsst du, weil ich nicht weiß. Darüber schaffen wir irgendwie nicht. Geh ich mal. Geh ich mal. Als Spion gucken. Oh, oh, oh. Seht schon. Wird es kein Spion, was? Oh, ist ja direkt hier um die Ecke. Da steht er. So. Kommt hier wieder die Strand. Lass dich in Ruhe. Okay. Kein Zweck. Kein Zweck. Ich habe heute, glaube ich, noch nicht ein richtig gekillt irgendwie. War das hier los? Warum steht der hier? Na ja, okay. Nee, nee. Da höre ich auf. Teamplay ist für den Arsch. Die Ziele sind nicht angegeben. Ich dachte, wir greifen jetzt schon das Stationchen an. Von da nach da. Aber irgendwie hat er die Ziele da oben hingesetzt. Und jetzt fahren alle einfach wild durch die Gegend. Das ist natürlich für den Popo. Bringt natürlich nichts. Und ich treffe nichts. Also machen wir lieber Schluss. Beim nächsten Mal treffe ich wieder mehr, sagen wir mal. Okay. Sorry, Leute. Schluss für heute. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss.